Musik Die Golfmesse in Zürich 2014, ein integraler Bestandteil der Vespo, der größten Touristikmesse in der Schweiz. Golf ist Trendsport in der Alpenrepublik, das Interesse wächst kontinuierlich. Gut 15.000 Besucher kommen zur mittlerweile vierten Auflage dieser Golf-Eventmesse in die Schweizer Metropole. Wir haben 100.000 Golfer, um etwa 100.000 Golfer in der Schweiz, in denen wir gegenüberstehen, um die 100 Golfplätze. Einige Plätze, der große Teil der Plätze, ist nur saisonal spielbar. Deshalb bieten wir dem Golfer Alternativen im Ausland. Golf ist gerade in der Schweiz kein Ganzjahresvergnügen. Völlig klar, dass das Thema Golf-Destinationen im Fokus dieser Sonderausstellung steht. Deutschland präsentiert sich als Partnerland der Vespo ganz groß. Über 100 Aussteller aus aller Welt laden den reiselustigen und gut betuchten Schweizer ein, um seine Fränkli schon in diesem Jahr auswärtig auszugeben. Ob in Europa oder auch in Übersee, der Golfer aus der Schweiz reist gern und ist bereit, für gute Qualität auch gutes Geld auf den Tisch zu legen. Der Schweizer Golfer ist sehr qualitätsbewusst auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist er auch bereit, etwas mehr aufzugeben in Golf-Destinationen. Neueste Erhebungen haben gezeigt, dass der Schweizer Golfer, Golferinnen, um die 25 bis 30 Prozent mehr Geld ausgeben in den Destinationen als andere Länder. Neben den schönsten Golf-Reisezielen aus aller Welt präsentiert die Golf-Messe in Zürich natürlich auch ein umfassendes Angebot aus allen Bereichen der Golf-Industrie, Schläger, Equipment, Accessoires. Der interessierte Besucher kann sich in der Messehalle 5 einen perfekten Überblick verschaffen über alle Neuheiten rund um die kleine weiße Kugel. Und sie auch gleich vor Ort in den zahlreichen Eventbereichen ausprobieren. Driver, Eisen, Wedges, bis zu den neuesten Entwicklungen der internationalen Putter-Welt, das Beste ist gerade gut genug. Aber auch ein Hickory-Putter kann auf den Grüns durchaus gute Dienste leisten. Wir verwenden für unsere Putter einen ganz besonderen Schlägerkopf aus feinstem Ahornholz, den wir mit dem besten aus der Erika-Wurzel füllen. Und natürlich verwenden wir den typischen Hickory-Shaft aus Nussbaum. Das verleiht unseren Puttern ein einzigartiges Gefühl und darauf kommt es an, schon gestern, aber natürlich auch heute. Wichtig ist auf dem Grün, der Putt muss am Ende fallen. Ganz gleich, aus welcher Distanz. In jedem Fall bedarf es eines guten Touchs. Dieser Damenhandschuh ist der Renner im fernen Japan. Neben einem guten Gefühl braucht es einen stabilen, ausbalancierten Stand und schick soll der Golfschuh natürlich auch sein. Ganz wichtig für die Damen der Zunft, ein stylisches Outfit auf dem Platz, aber auch auf der Clubhausterrasse. Am besten Ton in Ton abgestimmt mit dem Bag. Und natürlich gibt es auch die passende Reisetasche dazu. Jedes Bag braucht selbstverständlich einen stabilen Trolley. Elektro getrieben, in gefälligem Design, verstehen Sie. Die Golfmesse in Zürich ist auch in diesem Jahr ein voller Erfolg. Sie bietet den mehr als 15.000 Besuchern alles, was das Golferherz begehrt. Und ist mehr als nur ein Geheimtipp für alle Freunde des gepflegten Golfspiels. Ob es ein Geheimtipp ist oder nicht, das kann ich nicht wirklich so beurteilen. Was ich aber weiß, ist, dass die Zürcher Messe sehr an Interesse gewonnen hat. Im In- wie im Ausland. Also ich denke, es ist für jeden was da. Und ich denke, ein Besuch an der Golfmesse lohnt sich in jedem Fall. Die Golfmesse in Zürich sollten Sie sich schon jetzt im Kalender vormerken. Sie öffnet Ende Januar 2015 wieder Ihre Form. Auf dem Golfplatz die exakte Entfernung zu kennen, zur Fahne oder auch zu Hindernissen wie Bäumen, Bunker oder Wasser ist essentiell. Erlaubte Hilfsmittel dabei sind GPS-Geräte, der klassische Laser oder auch eine GPS-Armbanduhr, die wir heute für Sie auf den Prüfstand stellen. Thomas, grüß dich. Hallo Markus, grüß dich. Da ist das Ehle Stück. Zeig, ja. Genau, Garmin Approach S3. Super einfache Golfuhr. Einfach mal anlegen. Du siehst die Entfernung bis Anfang, Mitte, Ende grün und kannst schon loslegen. Ganz gut.